Eine große Aufgabe, eine schwere Aufgabe, erstmal eine gewisse Objektivität zu finden zum Stück, zur Partitur. Erstmal vielleicht nicht mal unbedingt wissen müssen, wer das geschrieben hat, sondern einen Text lesen, diese schwarzen Punkte lesen und sich eine Meinung zu bilden. Also was erzählt diese Geschichte? Dann natürlich alles, was dazugehört. Wer hat das geschrieben? Wann? Welche historischen Hintergrund? Und das ist wunderbar. Kann man alles machen oder auch nicht machen. Wichtig ist, dass wir erstmal lesen, bevor wir uns eine Meinung bilden. Nachdem man das oft gesehen hat, manchmal bleibt es wochenlang liegen, manchmal sind es nur Buchteile, vor allem im Stück. Aber es ist sehr wichtig, langsam sich eine Meinung zu bilden und dann spielen.